Hey Leute, wie im neuen Video erwähnt, gibt es zumindest die längeren Kommentare nun in einem extra Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Mensch hat am meisten Angst vor dem Tod. Nicht etwa weil er kommt, sondern weil man ihn nicht aufhalten kann. Niemand kann dem Tod entfliehen, ganz egal wer man ist. Was? Du denkst du wärst anders? Dann dreh dich mal um, aber nur, wenn du dich traust. Ich zitterte, während ich das Bild von mir und meiner Frau beiseite legte, ganz allein in meinem Zimmer. Spät und dunkel war es, und ich begab mich ins Bett, als ich mich langsam reden hören konnte. Dies tat ich oft, um mich zu beschützen vor der Dunkelheit. Oder besser gesagt, dem, was dort drinnen lauert. Das Komische ist nur, dass ich kein Geräusch machte. Und noch viel seltsamer war es, dass ich mich sehen konnte, obwohl ich doch nicht mehr lebe. Wohin willst du gehen? Wohin willst du laufen? Wo wirst du dich verstecken? Nirgendwo. Denn es ist keiner mehr übrig von deiner Art. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 6, 7, 8, gonna stay up late. 9, 10, never sleep again.